Willkommen zu dieser kurzen Einführung zum Thema Microsoft Azure Cost Management, in der ich Ihnen die Vorteile dieses Tools vorstellen, Tipps zur Nutzung geben und zeigen möchte, wie Sie mit den ständig erweiterten Funktionalitäten auf dem Laufenden bleiben können. Schauen wir uns zuerst die Idee von Azure Cost Management an. Kostenverwaltung im Allgemeinen ist ja der Prozess des effektiven Planens und Kontrollierens von Kosten im Unternehmen. Azure Cost Management unterstützt Unternehmen dabei, ihre Kosten für die Cloud effektiv zu analysieren und Maßnahmen zur Ausgabenoptimierung zu ergreifen. Azure Cost Management kann Antworten geben auf Fragen wie, was geben wir in der Cloud aus und wofür, wie viel kosten die von uns genutzten Services, wie viel haben wir in diesem Monat schon ausgegeben? Werden wir im geplanten Budget bleiben? Was sind die Trends bei unseren Ausgaben? Gibt es hier vielleicht Anomalien? Und wie verändern sich unsere Ausgabegewohnheiten über die Zeit? Schauen wir uns einige der verfügbaren Tools genauer an. Hier befinden wir uns im Azure Management Portal und haben auf der linken Seite auf Cost Analysis geklickt. Die obere große Grafik Grafik zeigt die täglichen Ausgaben dieses Unternehmens und zwar aufgeteilt nach den genutzten Services, die zur besseren Unterscheidung farblich gekennzeichnet sind. Die kleineren Diagramme darunter zeigen zusätzliche Informationen, zum Beispiel zeigt das mittlere, welche Azure Rechenzentren genutzt werden. Die Kostenanalyse Tools bieten Ihnen sehr viele Möglichkeiten, Daten anzuzeigen und daraus Einsichten zu gewinnen. Zum Beispiel zeigt die Zahl 9,9 Millionen oben links über der Grafik die aktuellen Gesamtausgaben an. Daneben ist Platz für Ihr Budget, das Sie ebenfalls auf der linken Seite über die Einstellungen planen können. Damit können Sie das geplante Ausgabenlimit für einen ausgewählten Bereich eingeben und es auf einen Blick mit den tatsächlichen Ausgaben vergleichen. Oder Sie nutzen automatisierte Regeln und Maßnahmen, die im Falle einer Überschreitung ergriffen werden sollen. Azure Cost Management bietet eine ganze Reihe nützlicher Tools für Kunden, um die Cloud Ausgaben besser zu verstehen und dadurch erhebliche Kosteneinsparungen zu erreichen. Der kostenfreie Microsoft Learn Kurs Vorhersagen von Kosten und optimierende Ausgaben für Azure gibt Ihnen in etwas mehr als einer Stunde einen Überblick über diese Tools und einige Tipps und Gricks zu Einsparungen bei Infrastruktur und Lizenzkosten. Einen tieferen Einblick in Azure Cost Management erhalten Sie über die Videos, die das Azure Team auf seinem YouTube Channel veröffentlicht hat. Es gibt hier eine ganze Reihe an Playlists, zum Beispiel die hier dargestellte mit den Quickstart Videos. Azure Cost Management wird laufend mit neuen Funktionalitäten erweitert. In diesem Blog beschreibt das Azure Team regelmäßig, welche Updates monatlich hinzukommen. Meine Empfehlung ist, hier regelmäßig vorbeizuschauen.